Freunde, wir gehen in den Vlog rein Von Inneso Gruppe 21 Der Vlog aus Hamburg, ich bin gespannt, es wird ein Fest, tschüss The trip is beginning guys And yeah Ja, euch auch morgen Scheiße man Mit einem meiner besten Nennst du mich besser Freund Bekannten? Äh, ich bin eh nicht Aber Bro, weißt du noch was wir gemeinsam auf Mykonos alles erleben? Zwei, eins Das ist unglaublich geil Eigentlich kann man das Marc-Egek, das Marc-Egek-Emote, kann man eigentlich auch benutzen für Amar, Digger Chat Postet mal das Marc-Egek-Emote rein Das kann man eigentlich auch für Amar benutzen Oh, 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 oh mein Gott Oh mein Gott, Chat Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von der Mitarbeiterin aus dem Restaurant Müssen wir das anhören Hey, hey, also ich kann gerne mal meinen Chef fragen, ob wir das jetzt noch nachträglich irgendwie ausdrucken können Ich hab dich abonniert Und dann würde ich dir das zukommen lassen Er ist jetzt gerade aktuell noch in der Türkei, glaube ich Ähm, ich sehe ihn aber die Tage Oder muss schnell gehen wahrscheinlich, ne Ähm, ja, ich guck mal, was ich tun kann Und ich wollte fragen, wo hast du Videos hochgeladen? Oder wo kann man welche sehen über den Abend? Und ich soll dir von meinem Sohn ausrichten, dass er dich bei YouTube schon als abonniert hat Zufrieden, Diane? Schöne Grüße, schönen Abend Ja, Digga Mit deinem Geld wird der Urlaub in der Türkei finanziert Ey, sehr, sehr geil Aber die muss das heute schicken, Digga Wollen wir nachher im Restaurant anrufen? Oh, das ist dumm Klassiker bei YouTube Shorts Digga Wer guckt YouTube Shorts aktiv? Aber ich mach nachher den Sprachmemo zurück Mach jetzt mal das Mark Eggek Emote rein, dass sie das sehen dann Hier Mach mal Mark Eggek Alle Mark Eggek Mark Eggek Das ist eigentlich auch das Emote für Amar, ne? Mark Eggek Generell sozusagen, was wir hier machen Wir haben eine Dodgeball WM EM Raven! Wo ist der Raven? Vincent Raven Ah, was ist da jetzt? Von alle Ladies hier bei mir auf dem Channel Ah, was trägst du da? Ist das etwa Ola Cala? Ihr wisst ja, ich bin... Mega bester Ola Cala Pulli dieser Jetzt mittlerweile in der Festbeziehung Aber dieser junge Mann hier ist noch auf dem freien Markt verfügbar Erstmal den Style zeigen Ja, das sind ja immer gute Outfits Und natürlich auch ein attraktiver Typ, ne? Ich kann richtig nice craften Vertikalisieren Ich kenne die Oh ne, das war der Abend vor dem Event Und wir haben gesagt, ey wir machen jetzt mal Chillig Und dann sind wir in irgendeiner Bar gelandet Mit der lustigsten Truppe Digga Tomatolix Hanna Und sonst die anderen Digga Voll die geile Truppe, what the fuck Statement Egal welche Rubrik Statement Ach komm Digga, einfach Hanna rausgeschnitten What the fuck Ey, Inscope L Kistenhebeln Ich bin nicht mehr bekannt Was machst du mit mir? Vertikalisieren Mach weiter Digga, einfach Hanna rausgeschnitten Inscope, was soll das? Ey Digga, jetzt guckt Hanna wieder den Vlog und denkt sich Bra, ich bin zu irrelevant Digga Obwohl du die Gefühle zu deiner Freundin absolut teilst Trotzdem entwickelst du über den Zeitraum der Beziehung oder deine Freundin's Bedürfnis Einer sexuellen Befriedigung mit einer anderen Person Wärst du bereit dazu, die Beziehung auf... Eli hat auch keinen Eierkopf Emote ...zu erhalten Eine Frage ist geile Gibi Ja? Wäre es eine Option für dich oder nicht? Definitiv nicht Schatz? Jetzt nicht Hahahaha Gestern Abend wurde die Vertikalisierung definitiv Digga, wir haben uns sowas von vertikalisiert, ne? Das war gar nicht mehr horizontal, das war wirklich nur noch vertikal Habeigerufen Aber das hat immer nicht funktioniert, aber heute Morgen, ne? Wie war dein erstes Mal trinken gestern Abend? Ich hab bestimmt zugekommen Er war so besoffen, Digga Ich hab auch Bock, ja? Wie geht's dir heute? Sehr gut Ja? Ja, danke Hehehe Digga Alle einfach Ola Cala Diese Tasche hier Keine Ahnung Ist ne geile Tasche, glaube ich Ich hab solche Taschen nicht Danke dir Gib mir einen Reim auf Straßenlatern Oh, das bin ja ich Wir aßen sehr gerne Oh 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 Sticker strong, Alter Wirklich einen perfekten Reim auf Taxifahrt Ja, also Taxifahrt Ich kack auf sie hart Oh Man kann sagen, auf jeder kleinen Taxifahrt kann ich danach sagen, ey, ich hab sie hart Gefickt Ah, so, so, so Dir nichts eingefallen? Ich bumm's im Walmart Wo reimt sich Walmart auf Taxifahrt? Taxifahrt, ich kack auf sie hart Gechillte Jacke, Digga Da muss ich mich wirklich für... Hehehe, Gott Es haben Auf diesem Event Unfassbar viele Leute Ola Cala Klamotten an Ja, weil die allen Ola Cala geschickt haben, deshalb Ola Cala Tasche dabei, Schmuck an Sehr, sehr geil, das freut mich unfassbar, wirklich Ich empfehle es euch Ne, ehrlich, da bin ich sehr dankbar dafür Ey, aber man muss an dieser Stelle auch wirklich mal sagen Ola Cala Momentan Einfach goated, Digga Ich hab auch richtig viele Sachen, Küsse gehen raus Also guckt vorbei Kauft euch was, wirklich, äh, sehr, sehr geil Ich glaub ich, dass es den Leuten die Sachen hier gefallen Und jetzt, INSCOP, gib mir mein Geld Es geht raus Leute, wir haben dieses Turnier gewonnen Ey, geil, gevloggt während dem Turnier, INSCOP Wirklich bester Vlogger Und ich hab... Ja, aber INSCOP hat nix gemacht INSCOP, ey, ich sag's jetzt hier wie es ist, okay Ich sag's jetzt einfach INSCOP schlechtester Spiele von diesem Team Ich sag's wie es ist Wir können auch gerne eins gegen eins machen, Digga Aber ein schlechtester Spieler Original, nichts getan, Digga Außer raus zu fliegen Ey, doch Die eine Aktion Wo du nicht so In die Wasser gehst Hip fällt Und der Ball über dich zieht Und was kam, äh, Digga Still Was hast du das Gefühl Sind die wichtigsten Dinge für dich, um hip zu bleiben? Mmmmmmm Gute Frage Oh, 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 oh Das war im Steak-Restaurant Hier, das ist der runde Tisch von Ellie Geller Was habt ihr gehört? War das im Steak-Restaurant? Ich glaub schon Man sollte immer cool und hip bleiben Und mit der 3 gehen Ich mach mir die Lasten, Nico Hör auf Und Niki war schon, Digga, guckt euch Niki an hier hinten Warte Guckt euch Niki an Der war schon wieder Der war schon wieder vertikalisiert, Digga Bei, ne, noch nicht vertikal, aber der war schon Dagegen schon die Kurve nach oben Was hast du gesagt? Was tust du, um hip zu bleiben? Ja, gib mir mein Sext Ganz wichtig, damit ich auch jung bleibe Ja Wir müssen uns natürlich auch sagen Über das Outfit Und über den Lifestyle geben Wir leben wie junge Rockstars Ich fände dir jetzt 23 aus, du wirst wie 30 Ich beende jetzt den Cut, ja? Ich mach wirklich Yoga Ich mach wirklich Yoga Aufarbeiten Ja, wichtig und richtig, Digga Es ist ein wichtiges Thema Das war am nächsten Tag Das war am nächsten Tag danach Irgendwie vier Stunden gepennt Und dann hatten wir so einen ganzen Tag Dreh Aber Sehr, sehr geiler Dreh, da kommt was Das ist die beste Pizza, die es gibt Mhm Von wem essen die? Die Sorte ist jetzt von mir Selber gemacht? Ja Mit Liebe Mit Liebe, mit Love Du bringst eine Pizza raus? Ich freu mich Das ist natürlich ganz, ganz wichtig Und ganz... Darf man das schon sagen, Digga? Ganz klar, dass dann so einen Tag wie heute Karfreitag Big Leak Man möchte Leute nicht abpacken Weil jetzt wird's gedriftet, ne Es wird ein bisschen laut und so Und da haben die halt extra eine Location ausgesucht Die 25 Minuten von der anderen Location entfernt ist Damit halt wirklich nicht so viele Leute abgefahren sind Und ich denke mal hier Sollte dann der optimale Platz dafür sein, oder? Ja Ich bin assi krank geworden Wegen Sascha, Digga Der mich im Flug angesteckt hat, der Pisse Dann kann ich euch Folgendes sagen Und zwar Alter, mir fällt gerade ein Ich hab im Steakhouse einfach vergessen 1500 Euro Rechnung zu bezahlen Egal, hat wahrscheinlich niemand gemerkt Am 23. Drop die Archive-Kollektion Das heißt, dieser graue Pulli mit dem blauen Unendlichkeits-Logo drauf Dann Neighbors Cherries Pulli Kommt nochmal Den ganzen Tag Schaut sehr sehr gerne vorbei Wir freuen uns auf eure Käufe Ja Nein, Spaß beiseite Wir freuen uns auf eure Leute Wünschen mir keine gute bessere Ey, scheiß Vlog, Digga, Niko Ich muss den jetzt anrufen Wieso hat der Hanna nicht reingeschnitten da? Muss ich jetzt anrufen Muss ich nachfragen Muss man einfach mal abklären So geht es nicht weiter In Scope Moin Weil eine gute Szene von dir dabei war Ist ja die eine dort im Restaurant Ne Bro, ich lad dich ein Und damit war die Sache für mich abgeschlossen Ja, das ist ja gut Im Nachhinein habe ich auch nochmal mit Dingens geschrieben Mit Eli Und habe ihm angeboten, dass ich ihm Geld überweise Weil dass er nicht allein drauf sitzen bleibt Hat er gesagt, will er nicht Und dann dachte ich so, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, du bist raus Das ist okay Ja, trotzdem scheiße Ja, ist trotzdem scheiße Ja, aber Digga, vielen Dank Scheiß Vlog Und nächstes Mal, wenn du Hanna filmst Schneid es einfach nicht rein Ja, mach ich sowieso nicht Super, bis dann Tschüss, tschüss Alles, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss